Hast du Schwierigkeiten dabei, Entscheidungen zu treffen? Bist du unsicher? Zögerst du vielleicht, weil du Angst hast, eine falsche Entscheidung zu treffen? Dann schau dir dieses Video an. In diesem Video werde ich dir einen Weg verraten, mit dem du besser und schneller Entscheidungen treffen kannst. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Im heutigen Video werden wir über das Thema Entscheidungen sprechen. Sich für eine bestimmte Sache zu entscheiden, ist manchmal gar nicht so einfach. Das kann Kleinigkeiten betreffen, wie zum Beispiel, welchen Film du abends schaust, oder aber richtig große Dinge, wie zum Beispiel einen Jobwechsel oder Beziehungsfragen. Woher weiß man, ob eine Entscheidung richtig ist? Und was passiert, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Zunächst einmal sei versichert, dass du nicht der oder die Einzige bist, der dieses Problem hat. Das Thema ist so häufig und so wichtig, dass sich sogar der Konzern Amazon eine eigene Herangehensweise dafür überlegt hat. Wie diese Herangehensweise aussieht, werden wir uns gleich anschauen. Bevor wir uns das angucken, müssen wir aber noch ein wichtiges Wort kennen. Dieses Wort habe ich persönlich im Bio-Unterricht in der Oberstufe kennengelernt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich es damals ziemlich gruselig fand. Ich werde dir auch gleich verraten, warum. Das Wort lautet irreversibel oder, mit einem anderen deutschen Wort ausgedrückt, unumkehrbar. Was ist so gruselig an diesem Wort? Ganz einfach. Es bedeutet, dass man etwas nicht mehr rückgängig machen kann. Zum Beispiel, wenn etwas Schlimmes passiert, das irreversibel ist, dann bedeutet es, es gibt keinen Weg zurück. Es wird nie wieder werden wie vorher. Inwiefern ist das relevant für die Entscheidungen, die du triffst? Naja, wenn du eine Entscheidung triffst, die unumkehrbar ist, dann solltest du sie im Vorfeld sehr, sehr gründlich überlegen. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass du jede Entscheidung, die nicht irreversibel ist, relativ schnell treffen kannst. Warum? Naja, du kannst sie ja jederzeit wieder rückgängig machen. Deshalb prüft Amazon im Vorfeld bei einer Entscheidung, ob die Entscheidung irreversibel ist. Die meisten Entscheidungen sind das nicht. Deshalb lässt Amazon bei diesen Entscheidungen seinen Mitarbeitern so ziemlich freie Hand. Was sind solche Entscheidungen in unserem Alltag? Zum Beispiel, ich kann mich abends nicht entscheiden, welchen Film ich bei meinem Streamingdienst schauen soll. Deshalb klicke ich 20 Minuten alle möglichen Filme durch und bin ganz schön genervt. Und es kostet natürlich auch Zeit. Ist das wirklich notwendig? Nein, denn wenn ich mich falsch entscheide, passiert ja nichts. Es gibt quasi keine negativen Konsequenzen. Und ich kann jederzeit einen anderen Film angucken. Häufig kommen wir auch in solche Situationen beim Einkaufen. Zum Beispiel, du brauchst eine neue Hose und verbringst deshalb Ewigkeiten in der Umkleidekabine, weil du dir unsicher bist, ob du die Hose tatsächlich nehmen sollst und ob sie dir steht. Ist es wirklich notwendig, dass du dich so quälst? Eigentlich nicht, weil es wird aller Wahrscheinlichkeit nicht die letzte Hose sein, die du kaufst. Und noch dazu bieten viele Geschäfte ja auch die Möglichkeit an, die Kleidung für 14 Tage zurückzugeben. Insofern kannst du eigentlich schnell und aus dem Bauch heraus entscheiden. Schwierig wird es bei den irreversiblen Entscheidungen. Zum Beispiel, soll ich meinen Job kündigen? Soll ich meine Beziehung beenden? Bei solchen wichtigen Entscheidungen lohnt es sich, dass du dir Zeit nimmst. Dass du Pro- und Kontralisten zu dem Thema erstellst. In dich hineinspürst. Mit Freunden oder Familie über das Thema sprichst. Und vielleicht ja sogar einen Experten zu Rat ziehst. Eine irreversible Entscheidung solltest du erst dann treffen, wenn du in deinem Entschluss gefestigt bist. Vielleicht nicht zu 100 Prozent. Das ist aus meiner Sicht schwer möglich, weil man ja immer etwas unsicher ist, was Veränderungen anbelangt. Aber doch zu 80, 90 Prozent. Du solltest zu einem Entschluss kommen, bei dem du dir denken kannst, selbst wenn sich nicht alles so entwickeln wird, wie ich es jetzt erwarte. Es ist in diesem Moment richtig, diese Entscheidung zu treffen. So vermeidest du nämlich, dass du dir im Nachhinein Vorwürfe machst und kannst auch in Zukunft entschlossen und guten Mutes Entscheidungen treffen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch dalässt oder ja vielleicht sogar meinen Kanal abonnierst. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Entscheidung. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Jasmin.